So, äh, ich spiele dieses Mal Spectre. Ist hoffentlich nicht so schwer, wenn ich mich da an erinnere. Ähm, ich hab zwar immer noch die Kunker-Mission am Laufen, aber ich will gerade mal was anderes spielen als Kunker. Ähm. Und eine PKB auf Spectre. Ja, mit Radiance. Wenn man denn dann so weit, äh, gehen möchte. Sieht schon klasse aus. Okay. Boah. Das ist ja wie ein Panzer. Ich dachte, für Spectre gibt's nicht so, so viel. Ich hatte noch... Moment, welchen kenne ich denn? Hm. Ich meine, ich hätte irgendwas anderes... Aber... Gehört, darf ich nicht in diesen Waffen... Stimme. Keine Stimme. Okay. Ähm. Ich hole auf die Offlane zusammen mit Disrupt, äh, ja. Ja. Aber wir haben vier, vier starke Helden. Das ist schon nicht ohne. Wir haben... Ein Wokablad, ja, das ist... Ich hole auf die Offlane. Ich hole es. Okay. Oh. Hm. So, machen wir noch mal sehen. Oh, pfff. Dang it. Das ist witzig. Jetzt muss ich mir den Scheiß noch durchlesen. So. BKB, ja. Das klingt recht gut. Ganking. So. Ah. Schaden verursacht. Achso, das ist der, der Schatten. Okay. Was für den Schaden, wenn es bitte den Gegner nicht schaden hat, der alleine ist. Schaden aufwendig, während der Unfall, während der Reflexion mit dem zunehmenden Abstand schwächer. Schaden verursacht. 30 Sekunden in battle. Was hat denn... Invoker muss noch in der Base stehen. Das hatte doch überhaupt keine... Now we get the good stuff. Once we're in agreement. So. Okay, gut. Ich muss zugeben, ich hab mir auch ein bisschen was an Leveln gekauft. Ich meine so... 150 sind noch zu wenig. Okay. Gut. Ha. Erwicht. Erwicht. Oder nicht Erwicht, Entwicht. Entwicht. Ah. Moment, bin ich eigentlich alleine? Was ist denn mit dem Scheiß... Oh. Oh. Game is on. Wieso Bristleback? Wollen die jetzt alle pausen? Ich blieb aber das Schild. Ah, verdammt. Ich gehe gerne auf das Schild. Na, das ist zu knapp. Weil das Schild hält hoffentlich einen Ticken davon ab, mich anzugreifen. Weil die dann irgendwann low werden, ohne dass wir unbedingt am Fighten sind. Ich muss möglichst schnell die scheiß Radiance bekommen. Aber erstmal Schuhe, schnelle Schuhe. Damit die mir nicht abhauen können. Und dann Schaden, Rüstung. Gibt es ja dann die Frage. Schaden, Rüstung. Hm. 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 Ah. Ah, Invoker hat nicht aufgepasst. Okay. Gut für mich. Moment, warum haben die auf einmal wieder so viel Leben hier? Ah. Das dachte ich mir schon. Ah. Ja. Auch eine interessante Idee. Bin ich natürlich nicht gerade schnell. Sniper. Sniper. Ich wollte eigentlich möglichst wenig sterben. Das hat sich natürlich jetzt ein bisschen beledigt. Das ist die Frage, inwieweit kann ich hier schon farmen? Das sind jetzt... Okay. Das ist gut. Soll Sniper mal schön alleine sich da reinstellen. Schön, ich gehe so lange runter, wenn ich mir jetzt noch eine Mango dazu bestelle. Hm. Hm. Nope, zu stark. Leider. Ja, muss ich gucken, was ich noch... Ah, im anderen Jungle... Troll ist im Jungle, ne? Okay. Kriege ich noch einen. Ja. Boah, verdammt, die sind stark. Das nervt. Bewegungstempo, okay. Okay. Das ist echt nicht gut, wenn das Invoker sieht. Ist das wirklich überhaupt nicht gut. Ja. Dang it. Hat natürlich schon alle Mangos aufgebracht. Gott, verdammt. Nicht gut, dass ich schon zweimal gestorben bin. Ich hätte nicht so linear laufen sollen. Vielleicht wäre es dann anders ausgegangen. Ich sterbe jetzt alle nacheinander, ohne dass ich irgendwie Probleme bekomme. Ich muss wirklich aufpassen, was das jetzt angeht. auf jeden Fall nochmal Tango kommen lassen, dass ich, wenn überhaupt, nicht so lange zu sehen bin. Hallo. Alter, ist das jetzt dein Ernst? Ist dein Gott, verdammter Ernst, dass der sich nicht bewegt hat? Warum häng ich schon wieder nur auf 40 FPS hier rum? Warum häng ich schon wieder nur auf 40 FPS hier rum? Das Problem ist jetzt der Silenced. Ich konnte ihn leider nicht genau anpeilen. Ich will nur... Upsa. Aus. Ja. Bin ich eigentlich noch so weit gelaufen? Bin ich eigentlich noch so weit gelaufen? Ich hab doch nur... Da ist er. Genau. Hol dir mal das Gold da raus. Ich könnte katzen. Hm. Was ist denn da schon wieder Platz, Dika? Alter, ernst jetzt? Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Was ist denn da schon? Ist denn da nicht? Ah. Ist das nicht so weit gelaufen? Ich hab doch. Ich schaue, ich schaue 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 Ich schaue Ich schaue, ich schaue Ich schaue Ich schaue, ich schaue So, erst die leichten Gegner Und dann die schweren, weil ich da extra Damage draufkriege So war doch der Plan, oder? Ich schaue Okay Okay Ja, ich schaue, ich schaue, ich schaue Ja, ich schaue, ich schaue, ich schaue Ich schaue, 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 ich scha Ja, ich mach mal das Scheißrezept zusammen. Sniper, mach die fertig. Oh. Okay, shot him. Ah. 1,600. Ah. Hm. Problem, ich habe jetzt einfach keinen Mana. Hätte ich jetzt Radiance, würde ich mich einfach hier hinten reinstellen und den... Static Storm. Oh, okay. Das ist nicht schlecht. Hm. Hohohoho, das war knapp. Hm. . Ja, ja, ja. Aaaaaaah. Aaaaaaah! Fuck! Boah! Das war... Aaaaaaah! Okay... Ich sehe Platzsieker... Schönerweise... Ich sehe die... 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 Es kann doch nicht sein, dass sie alle hier rumhängen... Keiner mit... Keiner Top... Ich sehe die... 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 Unglaublich... Oh... Ich sehe die... Zwei... Irgendwem... Wieso kann ich denn nicht? Hm. Nein. Keiner ist irgendwo die Lanes, was er machen. Nur weil ich die ganze Zeit damit beschäftigt bin, die bei der Stange zu halten, komme ich nicht weiter. Und die auf ihren Lanes machen überhaupt nichts oder rennen nur im Jungle rum. Da ist kein Bock mehr drauf. Ich will meine Radiance zusammen haben. Kann doch nicht sein. Radiance und dann BKB ist das Problem. Einfach... Generell schon teuer, der Scheiß. Scheiß, das ist eh schon teuer wie Sau. Ich brauche die Kohle dafür und es klappt einfach nicht. Ja, ne, den kriegen wir nicht. Das war ein Versuch wert. Warum kann ich eigentlich nicht die... Irgendwer hat mir eine Mango gegeben. Aus meinem Team einer. Kann ich noch nicht mehr verkaufen. Fünfmal gestorben. Komm schon. Komm schon. Okay, ich bin nicht von einem Rapture betroffen. Ja, das ist ein Problem. Ja, durch die Hand ins Knie. Hm. Ich kann mich nicht mehr verkaufen. Ich bin nicht von meinem Achself gemeint. Ich bin nicht von dem Rede. Ich bin nicht von einem Verruchten. Ich bin nicht zum Zwerg. Ich bin nicht vom Zwerg. Ich bin nicht vom Zwerg. Wohnt sich das in 10 Sekunden noch? Ich brauche alles, was ich kriegen kann. Dang it. Ja, wir schauen. So. So, mit der scheiß Mango kann ich eigentlich nichts anfangen. Weiß ich gar nicht. Macht hier so ein Unterschied? Ne, macht nur nicht mal einen Unterschied. Ja, eigentlich einfach so hier hinlegen. Und weglaufen. So, die Kohle brauche ich ganz dringend. Das fang nicht mit demselben an wie ich. Voll deppel. Voll deppel. Dann mach du. Ich brauche ja keine Radiance, verdammt. Ich brauche ja. Na, endlich. Danke für die Hilfe. Okay. 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 Oh mein Gott. Gut, das war schön mit den Wards, die da standen und ich sehen konnte, wer sich wo aufhält vom Gefährer. Die Rana ist tot, du voll Spacko, ey. Wow, was ein Spiel ja. Keine Ahnung von nisch, aber davon ganz viel. Oh, dafür gibt es noch eine Abklingzeit. Oh mein Gott. Das war der Plan. So, eine Wild Guns für mich alleine. Hm. Tja. Da hab ich mal wieder Pech gehabt. Da hab ich mal wieder Pech gehabt und ich werd's nicht schaffen mit der PKB. Verdammte Axt, weil ich nur Level 10 bin. Der hat einfach schon die verschissene PKB benutzt, nur um den Tower hochzugehen. Hm. 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 Oh. Dann macht ihr mal. Entschuldigung. Oh. 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 War eigentlich ein cooler Weg Komm sich So Ja, das Problem ist jetzt mit meiner BKB-Aufgabe Ich brauche vier Stück Würde theoretisch gehen, wenn alle vier gleichzeitig dann angerannt kommen und so weiter Aber Mit der Radiance werden Assists leicht im Teamfight Was nur passend eben Einziger Nachteil Jeder will was von einem Oh, da war er Ja BKB 2 Hä? Okay, wer ist da noch? Was ist die Frage? Hm. Okay. Okay. Wichtig moment. Schade. So viel zu meiner BKB-D-Sche. Hm. 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 BKB ist gar nicht so teuer tatsächlich. Hm. 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 Okay. Hm. Okay. Hm. spektor gewonnen 8 9 10 nicht gut bkb hat nicht funktioniert troll schafft das schon eher habe ich gewonnen hübsches reittierchen hübsches reittierchen so nur noch 100 bis zum nächsten level und 57 minuten um die dings nächste das nächste spiel zu starten also mache ich noch mal einen kurzen moment pause und dann geht es weiter also wir sehen uns dann in der nächsten folge